Liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Spieletest. Dieses Mal heißt es The Bridge Curse 2, The Extrication. Also zu deutsch, der Fluch, der Brücke, die Befreiung. Der zweite Teil, schwer zu entnehmen aus dem Namen, ich weiß. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt, muss ich sagen. Bin aber jetzt bei Steam über die Demo gestolpert. Und dachte, sieht eigentlich ganz gut aus, kann man sich mal angucken. Wir schauen uns das Ganze mal an. Die Grafikeinstellung habe ich eigentlich eben angepasst. Genau, das passt alles. Das sieht gut aus. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang, gucken einfach mal, was uns erwartet. Wie gesagt, den ersten Teil habe ich nicht gespielt. Fangen wir halt beim zweiten Teil an. Was soll's. This film depicts a murder that took place in Wenhua University's Dao Ren building in 1960. Ich werde weg, auf der Straße weg. Ich werde weg, auf der Straße weg. Du bist meine ich. Shuyo-Yi Shuyo-Yi Even if I die I'll never get away from you How How is this possible? I He No No This building traps the souls of all who die here Shuyo-Yi We will be together forever The Hexed building September 14th 7 o'clock Screening room Be there Or beware Hello, Mrs. Wong? Sue, where the heck are you? I'm out in the field reporting Oh Wait, what? In the field? Lin was just telling me that you were refusing to be put on the entertainment beat Oh, I, um No, it's not like that, Mrs. Wong Recently I haven't been feeling well Perhaps I didn't make myself clear All right, all right So where'd you run off to? I called you more than ten times and it kept saying you were out of range I just got to Wenhua University I'm guessing the connection isn't too good up here Wenhua? Oh, those film students and their ghost sighting video Bingo It's ghost month And with this being a creepy ghost story I figured I could get an exclusive Come on, Sue There's no way the school will let you touch that with a ten foot pole We basically smeared them with that report on the Huang Ting Ting missing persons case How about picking something else? No way, Mrs. Wong That's exactly it If I can get something This story is gonna like totally go viral Ah, fine It gets pretty spooky up there at night Be careful, will ya? Yep, thanks, Mrs. Wong Um sich zu kauern F bestätigen Okay, die Übersetzung So la la Ist aber ja auch nicht so wild Man versteht's ja Das ist ja die Hauptsache Auch eben bei dem Telefongespräch Hat sie ja die ganze Zeit Mrs. Wong gesagt Man hat ja auch gehört, dass es eine Frau spricht Aber Im Subtitle stand die ganze Zeit Herr Wong Ist aber ja nicht so wild Wir sind auf jeden Fall in einer Universität Hier wurde ein Film gedreht Und Ja Hier soll's sputen Wir wollen der Geistergeschichte auf den Grund gehen Und haben die Warnung bekommen Es soll sehr unheimlich sein Und das befürchte ich auch Hey Who the hell's down here? Who the hell's down here? Jimmy Christmas Hey buddy Causing trouble, eh? Go on, get out of here Go on, get out of here Schleich dich ins Gebäude Er ist ja ein richtig cooler Dude, ey Geiler Wachmann mit Sonnenbrille hier unten In der Tiefgarage Okay, wir sollen uns ins Gebäude schleichen Aber natürlich Gucken wir uns hier erstmal noch ein bisschen um Genau Und schwer zu erkennen Das ganze spielt Irgendwo im asiatischen Raum Was haben wir denn hier schönes? Okay, den Kater Die Katze Wobei Das stand Schleich dich ins Gebäude, ne? Und wir rennen hier rum Was haben wir da? Eine Donutpackung Klassiker Schwarzen Tee Kaffeebecher Das übliche Okay Hinweis, dass Herumlungern verboten ist Aufgrund der schlechten Beleuchtung Und der damit verbundenen Sicherheitsrisiken Ist der Aufenthalt im oder rund um das Darin-Gebäude Nach Mitternacht strengstens untersagt Zu dieser Zeit werden die Türen verschlossen Bitte verlassen Sie das Gebäude rechtzeitig Okay, zwei Stunden haben wir noch Hier hatten wir doch auch noch was, genau Werbeposter des Filmclubs Ein Werbeposter für einen vom Filmclub aufgenommenen Horrorfilm Der Film handelt von dem Daren-Mord Der vor vielen Jahren auf dem Campus stattfand Der Trailer ging aufgrund einer scheinbaren Geistersichtung Das haben wir gesehen Diese Hand, die wir da quasi gesehen haben Die von der Kamera festgehalten wurde Viral Dies entfachte im Internet hitzige Diskussionen darüber Ob es sich um einen Spezialeffekt handelte Um Aufrufe zu generieren Was für ein Trailer Das wird sicher ein Hitschiff Gut Klingt erstmal legitim Berechtigte Diskussion Mobiltelefon Mobiltelefon Fon Drücke zum Öffnen des Invertar Bildschirms T T wie Inventar Okay Unbekannt Wie zum Henker können Kann sie unbekannt zurückrufen Okay Was Oh One more thing If anything happens Don't hesitate to call me Huh Now that you're covering entertainment I'm responsible for you Sue Now we're right already Get to it Komm zum Punkt Alles klar Nachrichten Oh Von Papa Sue Du kommst heute Nacht nicht nach Hause Ja Ich muss Nachforschung zu einem Fall anstellen Richte es Mama aus Bist du denn jetzt nicht Für die Unterhaltung zuständig Wieso musst du da Nachforschung anstellen Du weißt Dass sich deine Mutter wirklich Sorgen um dich gemacht hat Als du Fällen nachgejagt bist Sollst wirklich einfach kündigen Bewirb dich um eine Regierungsstelle Das bedeutet ein stabiles Einkommen Und gute Arbeit Glaub mir Schroff ablehnen Um den heißen Brei reden Wir sind eine kleine Zicke, oder? Sind wir Nein, Papa Wir hatten das Thema schon tausendmal Wenn du dich weiterhin so sehr sorgst Werde ich einfach ausziehen Ich weiß Lass uns zumindest wissen Wenn du heute Nacht fertig bist Hab dich lieb Auch wie lieb Eigentlich würde ich jetzt schreiben Ich dich auch Aber geht nicht Gut Wir haben nur Anrufe und Nachrichten Mehr kann unser Telefon nicht Ist aber nicht so wild Oster des Jahrmarkts des Horrors Das klingt ja beruhigend Okay Fahrstühle sind nie gut in Horrorspielen Ebene B2 sind wir Okay Gibt also scheinbar zwei Kellerebenen Erster Stock, zweiter Stock Notruf Dann siehst du Dann kann ja nichts schief gehen Fahren wir mal Einhören Mal gucken was es da so gibt KFC Sowas in der Art KGG Caution Gott Irgendwas auf Asiatisch Leider kann ich kein Asiatisch So leid es mir tut Kann man eigentlich Springen oder so Liegt man jetzt eigentlich auf dem Boden Das geht so richtig krass weit runter Ich glaube man liegt dann echt auf dem Boden Da hinten ist was aber Ach krass Das sieht ja sowas von KFC aus KFC mäßig aus Okay kommen wir aber von hier scheinbar nicht ran Irgendein Getränk ziehen geht auch nicht Na gut Okay hier also Eine Art Mensa Achso Ah okay Was ist denn Kaukau Das kann ich nicht zuordnen Da hinten ist KFC Das hier ist Starbucks Seahorse Coffee Okay Oh was Was haben wir hier denn Das sieht ja nicht so einladend aus Unbekannte Überbleibsel Hm Für mich ein Oberschenkelknochen Klarer Fall Einige unbekannte Überbleibsel Die in der Cafeteria zurückgelassen wurden Woher zur Hölle stammen diese Knochen Das würde mich auch mal interessieren Haben wir hier noch Ein leeren Topf Aber sehr sauber Sehr schön Okay Soll grad sagen Okay tun wir es Gucken wir da rein Aber Ne Soll wohl nicht sein Ich glaube Dann Was ist das hier in der Cafeteria Ja eigentlich ja schon Oder Ich hab nichts Gravierendes Übersehen Würde ich sagen Fahren wir einfach nochmal Ein Stockwerk höher Erster Stock Hey Sinan Sinan Nur um sicher zu gehen Der Schlüssel zum Büro des Archivars Archivars ist im Raum des Militärausbilders Richtig? Ja Ist es dir also ernst? Wow OMG Verdammt wild Danke für die Hilfe Ohne viele Fragen zu stellen Der Dickel lautet Dringend gute Bezahlung Teilzeitstelle Sieht definitiv nach Betrug aus Ich untersuche einen Fall Konnte die Details nicht wirklich besprechen Danke nochmal für die Hilfe Wie vereinbart arrangiere ich Was für eine Brücke Was für eine Brücke Das wüsste man wahrscheinlich Wenn man den ersten Teil gespielt hätte Was sagt unser Inventar T ist doch eigentlich T ist doch eigentlich Wieso öffnet das jetzt Das Handy Also ist das Handy quasi unser Inventar Oder wie? Mülltrennung Auch in Asien Auch in Asien Wichtig Sind also in der Lobby Büro des Militärausbilders Ist tatsächlich Auf diesem Stockwerk First Floor Ja Hier müssen wir hin Okay Lobby haben wir scheinbar komplett abgeschlossen Der ist blau Der Bereich In den grauen Bereichen Waren wir noch nicht Dann haben wir der Cafeteria Doch was übersehen Oder wir kommen da später nochmal hin Das kann natürlich auch sein Und auch unten im Parkhaus Öffne die Karte mit M Die Map Ja das macht Sinn Okay Wann ist das jetzt? Ah Bin gegen den Stuhl gerannt Okay Passiert Oma? P-M-M-A Oder so Irgendwie sowas Da rennen Gebäude Ja So ein I Aber Man kann da nicht mit interagieren Falls einfach unten eingeblendet wird Die Info wahrscheinlich Okay Wir müssten ja wahrscheinlich In diese Richtung hier Ne Dann würden wir nämlich genau In die falsche Richtung laufen Also müssen wir Da lang Wo das Tor schon etwas oben ist Das ist Sehr freundlich Brücken Sie C Um sich zu kauern Das ist ja doch höher als gedacht Putzutensilien Jetzt wieder runter in den Keller Wenn wir hier jetzt runter gehen würden Hier ist ja die Treppe Wahrscheinlich werden wir dann hier runter kommen In den Ruhebereich Hier gibt also auf jeden Fall viel zu erkunden hier Das ist ja generell schon mal nicht schlecht Oh oh Schläft nur jemand, oder? Das ist der Wachmann Das ist ja schon das Büro Ist ja schon das Büro Als wenn er jetzt so schläft Als wenn er jetzt so schläft Als wenn er jetzt so schläft Heimlichkeit Geister hören nicht nur Geräusche Die du machst Wenn du dich bewegst Sie hören auch Geräusche von Gegenständen Gegen die du stößt Und andere Geräusche in der Umgebung Muss man hier aufpassen wo man hinläuft Binde den Schlüssel zum Büro des Archivars Ich bin weg hier Diese Töpfe, die man aufmachen kann Schlüssel zum Büro des Archivars Sehr gut Ein Schlüssel, der die Haupttür zum Büro des Archivars öffnet Er wird üblicherweise im Büro des Militärausbilders aufbewahrt Und nett, dass sie so zu jedem Gegenstand nochmal So eine Extraerklärung haben Klassische Oldies Band Limitiertes Kassettenband Ein legendärer Campus-Volkssänger aus Wen Hua Spielt auf seiner Gitarre und singt Ein klassisches Bild Das die Herzen vieler Menschen berührt Dies ist ein Band aus der persönlichen Sammlung von Sergeant Huang Es ist ein Lied, das er häufig summt Wenn er seiner Arbeit nachgeht Das haben wir vorhin schon gehört Vermutlich Ach du Schande Das ist ja jetzt Ungünstig So, ungünstiges Timing Musst du kurz einen kleinen Cut machen Amazon wollte mir ein Paket bringen Mach der da jetzt Schaffen wir es rauszukauern? Sieht gut aus Sehr gut Hühneressenz Okay, sowas wie Brühe wahrscheinlich Der heilige Gral der Nahrungsergänzungsmittel Für das in langer, mühsamer Zubereitung Hühneressenz gewonnen wird Einige Studenten glauben, dass ein Fläschchen Vor einer Prüfung mehr oder weniger Eine perfekte Note garantiert Oha Schnell raus hier Sind wir erstmal wieder sicher Glaube ich Hoffe ich So Wir haben jetzt den Schlüssel Für den Für das Archivarzimmer Ja, war klar, dass wir da jetzt was übersehen haben Das wäre hier Aber hier kommen wir noch gar nicht durch Glaube ich Ich würde sagen, wir gehen erstmal jetzt eine Ebene tiefer In den Ruhebereich Vermutlich Mal gucken, wo sind wir? Ruhebereich Ja Hier ist sogar so eine Eigentlich ist es eine Hundehütte Vermutlich ist es für die Katze Die wir in der Tiefgarage gesehen haben Alles nur Mutmaßung natürlich Ich finde so langsam Könnte mal was passieren Dann gibt es hier im Ruhebereich ja eigentlich irgendwie nichts Aber ist auf der Karte auch nicht als blau markiert Okay Gucken wir erstmal, dass wir ein bisschen Progress machen In der Hoffnung, dass noch ein bisschen was passiert So eine Theorie müssen wir jetzt einfach hier geradeaus durch In der Praxis geht das nicht Also müssen wir vermutlich Wo das Archivarzt Da müssen wir hin Müssen wir vermutlich ins zweite OG Und dann Mal gucken, wo uns der Weg hinführt Department of Banking and Finance Das Rauchen ist hier verboten Verdammt Ach ja Liebe Leute, so ist das Okay, hier sind wir auf jeden Fall schon auf der richtigen Seite vom Tor dann Wenn es da hinten einen Weg runter gibt Also ich muss sagen Wir spielen jetzt schon über 20 Minuten Computerraum A Und bis jetzt ist das Holt mich noch nicht ganz ab Aber wir geben dem Spiel noch ein bisschen Uhrzeitcomputer Das ist cool Hier sind wir So Oh, dass ich immer gegen die Stühle renne Das hören doch die Geister Von dem wir bis jetzt noch nichts gesehen haben Aber das Vielleicht kommt das ja noch Die Treppe nach unten Sehr gut Das brauchen wir Apartment of Dance Mal gucken, was gleich passiert Jetzt sind wir im Büro des Archivars Mist Was sind das alles für Sachen United News Mitarbeiterausweis ID Card Okay Gut, dass nichts Ungewöhnliches Mysteriöser Brief Ein Foto eines Tresors Auf dessen Rückseite ein Hilferuf geschrieben wurde Das ist auch im Büro des Militärausbilders, oder? Glaube ich Die Rückseite steht in krummen, roten Buchstaben Wenhua, Universität, Büro des Archivars Reporterin Su Lian Hilf mir Huang Ting Ting Okay Die Reporterin, das sind ja wir Und der Tresor steht scheinbar im Büro des Archivars Wo wir jetzt reingehen Gut Dann Abfahrt Suche das Büro des Archivars Hä, ich dachte, wir sind da jetzt drin Sind wir doch auch Wahrscheinlich meinen die, wir sollen es durchsuchen Vermute ich jetzt mal Klassifizierter Ordner Nachuntersuchung des Falls Huang Ting Ting An dem Tag, an dem die Studentin verschwand Arbeiteten wir mit der Polizei zusammen Und zeigten ihr die Überwachungsvideos vom Haupteingang Wir bestätigten, dass sie den Campus nicht verlassen hatte Huang Ting Ting wohnte nicht in einem der Studentenwohnheime Sie nahm üblicherweise einen Bus oder ein Taxi Um den Berg zu verlassen und nach Hause zu fahren Aussagen von Studenten zufolge wurde sie zuletzt im Darrenn-Gebäude gesehen Nochmal, es ist das Darrenn-Gebäude Genau wie der Vorfall im Fachbereich Tanz Der sich zehn Jahre zuvor ereignet hat Die Wache entdeckte etwas Seltsames auf dem Überwachungsband des Aufzugs Nach Benachrichtigung der Vorgesetzten hielten sie eine geheime Besprechung ab Und entschieden der Polizei nur die erste Hälfte zu übergeben Alle vereinbarten, dass es der Sache nicht dienlich wäre Der Polizei das Masterband zu geben Okay Ja Ah, okay Thema Echter Geist im Trailer von Das verhexte Gebäude Autor Wenhua 24567 Zeit 20.08.1.19 Es scheint wieder schaurig zu werden auf dem Campus Ich bin Erstsemester der Wenhua Totaler Neulang, ich weiß Hörte, Wenhua sei auf der Grenze zwischen ein paar Yin- und Yang-Gebieten errichtet Scheint also böse Geister und sowas anzulocken Das Daren-Gebäude sollte in Übereinstimmung mit den acht Trigrammen errichtet werden Aber sie haben es vermasselt Dies ist falsch angeordnet Also ist nichts mit Feng Shui und nun sind überall dunkle Geister Das ganze Ding ist verflucht Und es gibt seit längerem Getuschel wegen des Aufzugs Manche sagen, er kann dich ins Stockwerk B3 bringen Das es gar nicht gibt Achso, B3 ist ja unten, ja, stimmt, okay Ähm, aber das sind wohl nur Gerüchte Hat sonst noch jemand, der schon längere Zeit hier ist, ein paar Geistergeschichten oder dergleichen auf Lager? Trottel, wie kann man das vermasseln? 45 KD Die wahnsinnige Ballerina Katzengeist fährt den Bus FireApple Allgemeine Wahlfächer Nur für die man sich nicht anmelden kann Fehler 404 Seite nicht gefunden 1960 der Rennmord So verdammt gruselig Leere Musikräume gehen nachts dorthin Und es wird wirklich gespenstisch Als ich das letzte Mal allein in den verfluchten Aufzug gestiegen bin Herrgott Macht er der Daueralarm wegen Überlastung Ich habe ihn mir in die Hose gebracht Student, der gerade seinen Abschluss gemacht hat, sagte, er habe die kopflose Gemahlin gesehen Okay, das sind also die ganzen Tipps Der anderen Schüler Bezüglich oder die Geistergeschichten Jüngste Nachrichten über die Daren-Videogerüchte Zeit 20.08.15.21 Liebe Freunde und Studenten Online machen bizarre Gerüchte rund um das Erscheinen von Geistern im Aufzug des Daren-Gebäudes in die Runde Damit Außenstehende des Campusleben nicht stören Damit Außenstehende des Campusleben nicht stören Seid bitte besonders vorsichtig und achtsam Wenn ihr irgendwas oder irgendwen im Zusammenhang mit dieser Angelegenheit begegnet Wenn euch ein Pressevertreter diesbezüglich kontaktiert, antwortet nicht Lasst euch nicht auf ein Gespräch ein Es beginnt bei uns, diesen lächerlichen Gerüchten ein Ende zu setzen Okay Haben wir hier Zur Liebe für die Umwelt, okay Ben Hur, Militärausbilder Tafel Freunde und Studenten, nächtliches Herumlungern auf dem Campus ist verboten Denkt daran, euren Beitrag zum Energiesparen zu leisten Achtet darauf, vor Verlassen, alle elektrischen Geräte auszuschalten Vielen Dank für eure Zusammenarbeit Ja, das hat hier mal nicht geklappt, würde ich behaupten Merkwürdige geometrische Tafel Eine transparente Tafel mit einigen geometrischen Mustern Scheint so, als gäbe es mehrere davon Es ähnelt zudem dem Gemälde an der Wand Vielleicht sind sie irgendwie miteinander verbunden? Welchem Gemälde an der Wand? Ach, die da hinten wahrscheinlich, okay Hier der Tresor Okay, vier Zahlen brauchen wir Gelb, Rot, Grün, Blau Das haben wir hier ja auch Merkwürdige geometrische Tafel 2 Mal gucken, ob wir mit den zwei Tafeln schon weiterkommen Vermutlich Einzigartige geometrische Kunst Eine Collage entstanden durch Verbindung zweier transparenter Tafeln Sie bildet je nach Blickwinkel verschiedene Formen Versucht sie auf etwas Tiefgründiges hinzuweisen Ach so, okay Das wäre 7006 Rot, Grün, Gelb, Blau Passt das? Rot, Grün, Gelb, Blau? Ne Aber Das heißt Grün und Gelb 0 Rot, 7 Blau, 6 Rot, 7 Rot, 7 Blau, 6 Die anderen beiden 0 VHS-Kassetten VHS-Kassetten Schnapp dir das Mastertape und dann raus da Oh, come on, now. I'm not that ugly, am I? Didn't mean to scare you there, freshman. You okay? Yeah, I'm fine. Oh, hmm. You don't look like much of a student. Bit old, I'd say, what with all that purdy makeup and whatnot. Hmm. Oh. Sue Leanne, I'm a reporter for United News. Well, what do you know? You're that sweetheart anchor from the TV, aren't you? I'll tell you what, that screen don't do you justice. Yeah. Um, anyway, I'm here to interview some students. Oh, this late? Um, yeah. They must be busy or something. Let me see if I can get a hold of them. Hmm. Hi, I'm sorry, but the person you called is not available. Please leave your message after the tone. Not picking up? Wait, how can they just leave you hanging like that? Sorry. Looks like he's busy at the moment, but... Hey, Sarge, can I interview you instead? No, 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 no. It can be about anything. The campus, the school's history. Hmm. My boss wants me to do a report on Wenhua. Or maybe you could, like, tell me a story or something? Oh. I gotcha. Can't go back empty-handed, huh? Oh, lucky you. I've got so many stories that I... Um, well, you came to the right guy. I know everything there is to know about Wenhua University. Hey, but I'd feel like a damn fool standing around blabbing my head off. Let's go to the cafeteria. What do you say? I'll be more comf- What the hell was that? Hmm. It sounded like something fell down and slammed into the floor. Yeah, yeah. Ugh. Let me go make sure everything's okay. You. Just wait here. I'll be back in a few. Ugh. Ugh. Oh. That was close. Begib dich zur B1-Caveteria. Okay. Büro des Archivars ist auch immer noch rot. Übersehen also in jedem Raum war es quasi. Traurig. Okay. Gucken wir mal in die Cafeteria. Vielleicht passiert hier jetzt mal was. Ah ja, die hat hier aufgemacht. Das ist nett. Ich frage, jetzt nehmen wir jetzt den Fahrstuhl. Wir nehmen den Fahrstuhl. Ich weiß gar nicht, ob man da mit Treppen überhaupt hinkommt. Sag, was ist los? Sag, was ist los? Sag, was ist los? Ach. All righty. Come on now. Take a seat. Classic. This will do the job. So, uh. Where should we start? Or what do you want to know? If it has to do with 1 Hua, I probably know about it. Ask away. Um, well, what do you know about the Huang Ting Ting missing persons case? Huang Ting Ting? Hmm. Her. Oh, yeah. What a shame. She was a good kid. Did you know her? Yeah, you could say that. But didn't she end up dead? A body was never found. So, the police just left it as a missing persons case. Hmm. I see. But after all these years, I'm assuming that she... Yeah, yeah. I figured the same. Hey, how'd you get that video? It's all over the internet. You haven't seen it? Internet? I'm not too good with computers. And now they've got those tables, tablets... I don't use that stuff. Hey, wait. Why'd you ask about that girl? Actually, I did a special report on the Huang Ting Ting case a while back. Seeing that elevator again made me think of her. You seem to know so much about the place. I figured I'd ask. Hmm. True, true. I've spent so much time up here alone. It's amazing how fast time passes. Must be tough having to stay up here so late. Nah. It's not like I've got anywhere else to go. You get used to it. You, um, don't get along with your wife? She passed away a long time ago. From an accident. Oh. Oh. Sorry. It's fine. It's fine. Lucky here. Such a beautiful nurse. Do you know how long it took me to win her over? She really is gorgeous. She ran the nurse's office here. Bunch of brainless bozos back then. Students would go see the nurse for a damn paper cut. Ugh. If it wasn't for what happened. Sorry. Sorry. Don't worry about it. Listen to me, Huff. I'm blabbing on about myself. Pretty boring, huh? Oh, not at all. I'm just glad that you're willing to talk to me. It's been a long time since I've had someone to chat with. Thanks. You rest here a while. I'll take you to the school history room whenever you're ready. Mm. Thanks. I'll take you to the sergeant, that you want to go to the room. Okay. Then let's go. All right. Let's go. Ah, sorry about that. This old elevator's a piece of crap. Let's take the stairs. Get some exercise. Professor! Professor! Dies hier ist Professor. Er ist hier länger, als ich habe. Sein Name ist Pudi. Aber jeder nennt ihn Professor. Guten Tag für dich, Professor. Du bist ziemlich der Charakter. Okay. Das war ein bisschen creepy gerade. Aber wir laufen einfach mal weiter hinterher. Herr, können wir uns ein bisschen beeilen, bitte? Ah, Kinder in diesen Tagen. Nichts scheint sie zu gefährden. Bist du Angst, dass etwas passieren könnte? Ich habe gehört, dass dieses Ort haupte. Haupte? Ja. Wenn es vor der Nacht ist, können sie was sie wollen. Ach ja. 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 Der war ein guter Mann. Aber seine Augen wirklich schraubten ihn. Hä? Ach ja. Nichts. Das ist alles. Um Kultur und Bildung zu fördern. Die Universität wurde nach seinem Ziel benannt, gemeinsam das Beste zusammenzutragen, was die Kultur zu bieten hat. Dieses Gebäude wurde von einem ausgewanderten Architekten entworfen. Im Laufe der Jahre hat es aufgrund seines herausragenden architektonischen Stils unzählige Auszeichnungen gewonnen. Würde ich es doch gerne mal von außen sehen. 14.8.59. Fertigstellung des Da Ren Gebäudes. Schulgründer Xu Wenxiong posiert gemeinsam mit dem Vorstand. Da fehlt jemand. Und hier ist der Schul-History-Room. Was? Alles über die Geschichte von Wenhua und dem Da Ren Gebäudes können hier gefunden werden. Geh deine Zeit. Wenn du Fragen hast, frag dich einfach. Okay, tschüss. Spricht mit- Hä? Wieso schon wieder? Ja. Das ist schon der Geschichts-Raum. Der Bereich quasi. Macht Sinn, ja? Was ist ja bei dir? Was ist das, was du sagen? Verrüber nach wie� genug ist. Der soll sich aus den 60ern aussehen. Diese Dimension muss man ihn beschreiben. Das Gebäude sollt wurde mit den 8 Trigramm. Huh. Hmm. Hmm. Hmm, I'm glad too. Which means, anyone who dies here turns into a ghost, and is unable to escape. Not to mention the constant influx of evil spirits. Wow. You sure know a lot about Feng Shui. Impressive. Haha, just a little. I started doing some research later on. If only they hadn't screwed up when they built this place. They just built what they were given. Wer hätte gedacht, dass der Architekt mit den Trigramm verbunden hat. Das hat nichts mit den Bildern zu tun. Hm. Das stimmt. Ah, über die rumors von diesem Ort zu schrauben. Du hast hier schon ein paar Jahre, so... Du hast wohl gesehen, einen ghost oder zwei, oder? Ghosts, eh? Mhm. Ja, aber es war sicher nicht nur ein oder zwei. Hm. How do I put this? Wait. Ghosts and Spirits. You can't talk about that in your report, can you? Um... W-well... Woah! It's already 11.34! Alrighty, right. About time to get going. Do you mind if I snap a few more photos? Of the elevator? Nope, nope, nope. Time to be going, Sue. Apologies. Again? What's the date? August... 21st? And soon to be the 22nd. No wonder. Uh... Don't mind me. Do whatever you need to do. Uh... Uh... Or maybe I can help! No! Hey, and don't go running around. It's late. Make sure you leave before midnight. Still got 20 minutes. I wonder if I can play a video in the screen room. I think that's the game really good. But it takes a long time to go. It's just a long time to go. It's just a long time to go. It's just a long time to go. Uh... Uh... And... Uh... It's just a long time to go. It's just a long time to pause for a moment. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann, ähm, das muss nach oben, das ist richtig Das muss nach unten auf jeden Fall Achso, die müssen Das muss nach links Und das muss nach rechts So Das muss nach links Jetzt habe ich noch irgendwas Das muss noch getauscht werden Wie macht man das? Das muss nach oben rechts Hm, falsch Okay, das kann doch jetzt nicht so schwer sein Sehr gut Huh? Anima? Hm Hm There's nowhere to turn it on Huh? Huh? Help me Help me What the fuck? Nothing Nothing The lantern The lantern I wonder If I can find anything else Anima-Laterne Aufdecken Halte zur Erkundung mit der Anima-Laterne Die Space-Taste gedrückt Folge den Hinweisen Auf der Suche nach interessanten Gegenständen Richte die Laterne auf die Mitte eines Gegenstands Und halte sie dort Um möglichst versteckte Dinge Und Bilder zu offenbaren Wieso? Wieso haben die nicht hier jetzt die Demo gestartet? Oder vielleicht bei dem Tape, das man sich angeguckt hat? Versuch den Innenraum des Aufzugs Es wäre doch viel geiler gewesen Das Intro so Mit dem Video Dass man so ein bisschen über die Story Bescheid weiß Und dann hier jetzt der Demo-Start Dass man nicht erst eine Stunde oder so durchs Gebäude rennen muss Die Venhua Universität besteht aus vier Hauptschulen Und erstreckt sich auf einer Fläche von insgesamt etwa 67 Hektar Durch die Lage in den Bergen ist die Aussicht atemberaubend Und die Luft frisch und klar Dies trägt dazu bei Die Weltanschauung und den moralischen Charakter der Studenten zu kultivieren Was stand da jetzt eben nochmal wegen der Lampe? Kann ich mir die Tastenüberlegung nicht nochmal angucken? Doch Stetigen interagieren Ach ja, Space-Taste war's Ist doch gar nicht so schwer zu merken Es führt bis zum Aufzug Das weißt du doch noch gar nicht Mal gucken, ob hier noch irgendwo die Lampe so ein bisschen wackelt Jetzt wird's interessant Okay He's a liar He? Who's that referring to? What the hell happened here? Treibe böse Energie mit der Animal-Laterne Indem du die Space-Taste gedrückt hältst Okay Böse Energie Wir gucken gleich in den Fahrstuhl Okay Die Trigramme wieder Die Trigramm Sie waren auf dem Display Case Also Nichts Ich bin Nichts Ich bin Nein Aber Ich bin Ich bin Ich bin Engel Ich bin Aber warum haben die Glocken dann nur zweimal geschlagen? Ich kann nur den emergency call drücken, okay. Ich bin in der Alibäder. Herr, hilf! Es ist midnight. Was in den Himmels Namen machst du hier? Was ist dein Name? Long Tintin! Help! Please hurry! There's a ghost out there! She wants to eat me! Blood! There's blood everywhere! I'm gonna die! She's going to kill me! Her neck is broken! Ich bin... Are you okay? What the? Where are you going? Animal Laterne Schutz. Wenn die Symbole an der Animal Laterne vollständig aufleuchten, schützt sie den Träger vor einem tödlichen Geisterangriff. Anschließend muss ihre Energie vollständig aufgeladen werden, bevor ein weiterer Angriff abgewehrt werden kann. Wenn die Symbole an der Animal Laterne vollständig aufleuchten. Machen Abgang. Können wir hier jetzt Kriegen spielen? Verdammt. Sackgasse. Wir haben ein Problem. Nein, sie steht im Weg. Ich kann nichts machen. Nein! Wenn du durch Betreten seiner Reichweite die Aufmerksamkeit eines Geistes geweckt hast, solltest du dich nicht erwischen lassen und keine lauteren Geräusche machen. Ja, ich kam leider nicht mehr weg. Okay, das, also, das muss ich sagen, ist schon... Also das finde ich wirklich gar nicht so schlecht eigentlich hier. Das gefällt mir echt ein bisschen. Kommt sie gerade hinter mir? Ja, sie sieht mich. Aber ich muss die böse Energie hier wegmachen. Und hier ist wieder eine Sackgasse. Verdammt. So, jetzt aber. Dreck hier. Aber wo kann man denn dann noch lang, ist die Frage. Gibt's hier drinnen noch irgendwie einen anderen Weg? Vielleicht? Hier nicht? Da auch nicht. Dann übersehe ich hier draußen was. Seht ihr, das ist doch viel, viel, viel cooler. Als ich dieses ganze sinnlose Rumgerenne am Anfang der Demo, oder? Oder bin ich bescheuert? So catcht man die Spieler doch, so holt man sie ab. Und mit einer Demo will man sich auf ihr Spiel aufmerksam machen und das Bock da drauf kriegen. Hier ist wieder die Sackgasse. Aber wenn's da auch nicht weiter geht, dann war ich doch eigentlich überall, oder nicht? Das hat sie mich schon wieder gesehen. Ja, hier ist doch auch die Sackgasse. Genau. Na gut, das wird nichts. Daneben. So nicht, Schwester. Da ist eine Sackgasse. Ich bin grad echt. Ach, hier geht's doch noch weiter. Da. Nee, auch nicht wirklich. Hm. Hm. Das kann doch nicht so schwer sein hier jetzt. Ach. Hm. Oh, okay. Ja, das. Alles klar. Oh, oh. Jetzt aber schnell. Ah. Das wird nix jetzt. Weiß ja, wo ich bin. Ich muss ja erstmal ein bisschen weglocken wieder hier. Ah, das wird auch nix. Kommt sie hinter mir? Hier. Die sieht mich, ja? Nein. Ah. Schade. Kann ich jetzt weitermachen? Ja. Das geht. Oh, oh. B3. Das berüchtigte Stockwerk. Ist das die Brücke? Das war die Demo von The Bridge Curse 2. The Extrication. Ja, also ich muss sagen, ich bin hin und her gerissen. Den Anfang, den fand ich übel langweilig. Also der hat mich überhaupt nicht gecatcht. Viel zu viel Gelaber, langweiliges Rumgerenne und weiß nicht, fand ich nicht so geil. Zum Ende hingegen, zum Glück habe ich so lange durchgehalten, hat es dann tatsächlich Spaß gemacht. Und es hat mir wirklich gefallen. Ob ich mir das Spiel wirklich holen würde, weiß ich nicht. Veröffentlicht wird es am, ich weiß es gerade gar nicht, Anfang Mai auf jeden Fall. Ich glaube am 7. Mai war es. Ja, ich würde sagen, bildet euch am besten eure eigene Meinung. Ladet euch die Demo runter, spielt die mal selbst, guckt, ob euch das Spiel catcht. Ende fand ich ganz lustig. Anfang war viel zu lang, viel zu langweilig. Hat mich nicht abgeholt, aber genau. Wie gesagt, probiert es selbst aus. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Verabschiede mich damit und sage bis zum nächsten Mal reingehauen und ciao.